so hallo leute dann testen wir mal heute den soul food wir haben hier einen attt little willy das ist ein sehr sehr kleiner leckerer amp mit 15 watt vollröhre und zwei 8 zoll speaker der ist auch ganz spartanisch ausgestattet der hat ein volumen potty ein bass potty und ein treble potty und zwei eingänge nieder und hochohmig ich habe den hier mit meinem golden bricket ein bisschen über die anlage abgenommen damit man das auf dem video besser hört ich habe da keine so tolle technik zur verfügung also wie gesagt hören wir uns das mal an so klingt der m ach so hier ist übrigens meine linkpage telecaster sind ein telecaster mit kloppmann pickups ganz normal drei weg schalter kein hexenwerk oder sonst irgendwie was nur einen fetten hals und eine tolle gitarre ok dann hören wir uns das mal an in der mittelstellung wie gesagt amp ist so eingestellt treppe und bass auf ca 12 uhr also neutral ohne den solven so 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 ich spiel dann auch mal gleich ein bisschen mit einem volumen potty damit man merkt wie gut der amp jetzt plötzlich an der gitarre hängt jetzt hören wir uns erstmal an wie der amp plötzlich an stärke gewinnt und die eigentlich fehlten mitten dazu bekommt durch den soul food damit er sich richtig durch den band sound fräst so 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 da kann man das jetzt ganz gut hören kräftig an mitten gewonnen wie gesagt richtig er ist jetzt richtig prägnant so so man kann die gitarre wunderbar nur durch anschlagtechnik et cetera im gain steuern ideal für bluesgitarristen so 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mal kurz auf dem Steepick up. Untertitelung. BR 2018 Also sehr, sehr lohnenswertes Teil. Mal ganz kurz mit mehr Drive. Bis ungefähr bei 3 Uhr. Genau. Auf den Hals. Begab. Untertitelung. BR 2018 Mal ohne. Mal mit. Mal mit. Musik Okay, das war meine kleine Vorstellung der Soul Food von Elektroharmonics an einem etwas schönes Jahr gekommen, ATT Little Willy Ich hoffe, ihr hattet Spaß Das Ding ist klasse, für das Geld sowieso Ciao